Liebe Murtalerinnen und Murtaler, Weihnachten findet heuer unter besonderen Bedingungen statt. Die Pandemie hat noch immer sehr große Auswirkungen auf unser Leben und auch wenn das sehr schwer ist, wünsche ich Ihnen umso mehr ein friedvolles und freudvolles Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Lieben. Dieser Kreis kann heuer leider nur sehr klein sein. Und wenn wir uns im Advent auch auf die Werte des Lebens besinnen, hatten wir noch nie so die Chance, unsere Mitmenschlichkeit unter Beweis zu stellen. Wenn wir uns nämlich zurücknehmen und mit Hausverstand und Rücksicht unsere Mitmenschen schützen, dann können wir viel größeres Leid vermeiden. Schauen wir also nach vorne und gehen mit einer positiven Einstellung ins Jahr 2021. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein frohes Fest. Bleiben Sie gesund und wir werden auch diese Krise meistern. Hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Untertitelung des ZDF, 2020